Noch einen Eintrittsbesuch wird es heute geben, und zwar den der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht beim Heer. Die SPD-Politikerin nimmt in Munster an einer Waffen- und Fähigkeitsvorführung teil, so heißt das offiziell. Lambrecht aber ist nicht unumstritten. Personalpolitik, unklare Strukturen, falsche Prioritäten. Es rumort beim deutschen Militär, zumal sich ja auch noch hartnäckig das Gerücht hält, dass Lambrecht als Verteidigungsministerin eher zweite Wahl gewesen ist. Malis Hauptstadt Bamako. Tausende Unterstützer der malischen Militärhunter protestieren Anfang Februar gegen die französische Regierung. Mit Blick auf die wachsenden Spannungen stellt Deutschlands Verteidigungsministerin Lambrecht die Bundeswehrmission jetzt in Frage. Wir müssen sehr genau und sehr zeitnah prüfen, wie unser Engagement dort weiterhin aussehen kann. Aufgrund der aktuellen Lage muss ich aber sehr in Frage stellen, ob wir uns weiter engagieren können, sagte Lambrecht der Funke Mediengruppe. Bis zu 1700 Soldaten sind an der EU-Ausbildungsmission EUTM und an der UN-Mission MINUSMA beteiligt. Das Mandat endet am 31. Mai. Außenministerin Baerbock hatte bereits vergangene Woche über eine Exit-Strategie nachgedacht. Angesichts der jüngsten Schritte der malischen Regierung müssen wir uns ehrlich fragen, ob die Voraussetzungen für den Erfolg unseres gemeinsamen Engagements weitergegeben sind. Verteidigungsministerin Lambrecht wird heute zu einem Antrittsbesuch beim Heer in Münster erwartet. Zuletzt stand sie in der Kritik, etwa wegen der nur 5000 zugesagten Militärhelme an die Ukraine. Die Truppe erwarte klarere Strukturen, eine verbesserte Personalpolitik, heißt es von den Generälen. Eine Ankündigung machte Lambrecht bereits. Sie dringt auf die Beschaffung von bewaffneten Drohnen zum Schutz der Bundeswehrsoldaten und wolle das noch in dieser Wahlperiode erledigen.